Es ist viel passiert seit der letzten Aufnahme. Es ist eine Ingame-Woche vergangen. Es kamen zwei kleine Events. Der Geist des Großvaters kam zu Besuch. Der Stall wurde fertig. Das Haus wurde erweitert. Ich musste sehr viel umräumen. Und die Hühner haben große Eier gelegt. So, und jetzt habe ich da oben eine Kinderkrippe und zwei Betten für Nachwuchs. Und ich habe viel mehr Platz. Ich hatte schon überlegt, hier ein paar Keks aufzustellen. Oder da hinten. Und das ist noch nicht die letzte Erweiterung. Da kommt noch was. Deshalb habe ich noch keinen Keller. Und ich muss einsortieren. Aber es geht später noch ins Community Center. So, hier ist das neue Feld, da wir ein neues Jahr haben. Hey, I found this... this in a drawer. Von Pam bekomme ich immer energy drinks. Mit Taurin. Da, ein zweiter. Was machst du da? This is a lot more peaceful than my old spot in town. I'm very happy here. Sie sagte zu Ende des Jahres noch, dass wir das neue Jahr anpacken werden. So, es war schön. Er hat sich für das bedankt, was wir erreicht haben. So, das Haus wächst. Das Haus wächst. Hier ist das Schwankchen. Es dreht inzwischen eifrig Trüffel aus. Nachdem es im ganzen Winter faul war. Und da hinten sind meine Teefelder. Hier wird noch Tee draus. Und meine Stimme ist irgendwie weg jetzt schon. So, ich spreche etwas mit den Hühnern. Und ich versuche... Oh, fünf Hölz? Oh, fünf Hölz? Lustig. Gibt keine Milch? Ich habe irgendwann zwischendurch mal versucht, aus Versehen, weil das ausgewählt war, der Milchkrug, ein Huhn zu melken. War jetzt nicht super effektiv. So, ich denke, ich habe alle Hühner durch. Wie sieht es mit den Enten aus? Das sind keine Enten. Toru. Toru. Ich habe... Was? Wollte ich die Hand reinklicken? Ah, ich habe beide schon gehabt. Okay. So, habe ich mit dem Kätzchen gespielt? Heute schon? Ja. Und der Großvater. Gut, dann komme ich mal kurz zu dem Thema Großvater. Er hat nicht viel erzählt. Er sagte, wie stolz er auf mich ist. Dass seine Seele in diesem Tal geblieben ist. Dass er über mich wachen wird. Und er zündete drei Kerzen an. Das heißt, ich habe einiges erreicht. Er hat mich gelobt. Aber ich habe das Ziel erreicht. Das Ziel verfehlt. Vier Kerzen erreicht zu haben. Was mir einen sehr dicken Bonus geben würde. Ein zusätzliches Gebäude. Das jeden Tag ihr Idium ausspuckt. Ich meine, wer braucht das schon? Ja. Das war ein bisschen bitter. Aber vielleicht ist das hier nicht so gedacht. Oder vielleicht bin ich einfach nicht gut genug. Dass man das schon in den ersten zwei Jahren schafft, meine ich. Zum einen Event. Da war Hayley am Strand. Und sie hatte... Wieso bekomme ich kein Heu? Habe ich das schon komplett? Nein. Und sie hatte ihr Armband verloren. Und war sehr traurig. Da habe ich ihr geholfen, es zu finden. Das war so ein Herz-Event. Und dann war die Welt wieder in Ordnung. Das zweite war... Ja, das schlug mir tatsächlich ein bisschen auf den Magen. Da waren die Kinder. Und sie haben sich Gemüse angeschaut. Und es war voller Würmer und Käfer. Und so habe ich gelernt, wie man aus bestimmten Gemüse mehr Geld rausholen kann. Und ich habe panische Angst davor. Unkraut, das zu einem Baum wird, zu fällen. Weil ich zwei neue Bäume gepflanzt habe. Und ich nicht sicher bin, wo. Ich meine, das wäre einer und das wäre einer. Aber ist das hier dann ein regulärer Baum? Das weiß ich nicht. Und die Zweifel nageln an mir. Was mich halt geärgert hat, war... Ich hatte diese Sachen hier so schön einsortiert. Da hatte ich relativ wenig Laufwege. Bis ich hier alles einsortieren konnte. Aber dann war hinterher der Eingang hier. Und ich musste die Sachen hier aufstellen. Außer ich würde irgendwie jetzt noch umräumen. Und deshalb musste ich jedes Mal um die Ecke. Was soll's. Und ich habe angefangen, nachdem ich dort die blaue Kiste entfernt habe, die sie mir so schön hingezaubert hatte, mich mit der Farbe zu beschäftigen, der Kisten. Da mir die blaue Kiste gefehlt hat. Da habe ich ein bisschen in die Menüs geschaut und weggestellt. Man kann sie nach Farben wählen. Und so komme ich hoffentlich ein bisschen leichter in meine Kisten. Also ich weiß, dass hier die normalen sind. Hier die lilanen, die Ridium-Sachen. Die besonders seltenen, bis auf ein paar Ausnahmen. Und hier sind die Erzsiegelstränen. Und ein Rabbit-Food. Das brauche ich für die Quest. Da ist es. Das ist kein UFO. Das manchmal auftaucht. Habe ich das schon mal gezeigt? Heute will ich aber das Community-Sendor abschließen. Zumindest ein paar Aufgaben. Da ist es. Sie hat mir heute ein Frühstück gemacht. Und weil ihr das automatisch ausrüstet und ich manchmal versuche, sofort mit ihr wieder zu reden, da hatte ich es das letzte Mal zurückgeschenkt. Und es ist wichtig für mich, dass ihr hier mit einem vollen Bellen zu bleiben. Sie kümmert sich gut um mich. Und um die Farben und die Tiere und die Katze. Grüezi. Das ist ich. Stir-Fry. Das ist der perfekte Weg, um ein gesundes Groschen zu bekommen. Du kennst schon die Recipen. Und mein Pferdchen habe ich Flemeth genannt. Nach der Hexe aus der Wildnis von... Wie hieß das Spiel? Dragon Age von Dragon Age. Das ist aber jede Menge. Wow. You're such a good neighbor. I thought I'd send over some animal food feed. Moment. To make your job easier. Keep it up. So, es ist Sonntag. Ich würde furchtbar gerne zum Community Center, um ein paar Sachen abzugeben. Aber ich komme ja nicht vom Fleck mit der Farm. Da muss man Sachen einsortieren und alles. Ich habe übrigens durch das Fischen eine Fähigkeit gelernt, durch die diese Krabbenköder keinen Müll mehr produzieren. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder schlechte Idee war. Aber jetzt... Oh, nein. Da ist schon wieder so eine Goldschirfenlage. Goldschirfenlage. Kann ich von hier aus sogar erreichen? Eridium. Uh, Omnigioden. Auch nicht schlecht. Die Ziegen will ich eigentlich verkaufen, wenn ich irgendwann Zeit habe. Weil sie nicht so oft produzieren. Viel seltener als die Kühe. Meine ich. Ich müsste das ja virtuell nochmal online nachschlagen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich werde dann versuchen, die Ziegen nach und nach loszuwerden und sie mit Hühnern zu ersetzen. Nein. Mit Kühen meine ich. Are you sure? Wie heißt sie? Lucy. Okay, der Name kann weg. Ah, so passiert das also. So, ach, nicht schon wieder. Was ist denn heute los? Omnigioden, komm. I don't know. So, die zweite Ziege ist da unten. Ich warte, bis sie fünf Felsen haben. Stewie muss noch ein bisschen warten. Und sie, sie kann weg. Linda. Mal schauen, ob ich dich melken kann davor. Nein. Tschüss, Linda. Sell for five two. Okay. Da löst sie sich auf. Gut. Aber heute ist Sonntag. Das heißt, ich kann heute meinem Mann wahrscheinlich keine Tiere kaufen. Dafür hat die Wanderhändlerin geöffnet. Kitty. Ich habe ein bisschen was einsortiert. Ich habe diese zwei Sachen. Rabbits food eigentlich bekommen. Trüffel vom Schwein. Zwei Grosarie. Die werde ich zum Community Center bringen. Das hier kann weg. Aber da heute auch die Ziegeunerin da ist, ich nenne sie so oft Ziegeunerin, das ist. Wahrscheinlich unfair. Wollte ich noch nachschauen, ob es bei ihr etwas Neues gibt. Die hat hier immer so viel Auswahl. Und ich kann das Pferd in Aktion zeigen. Komm her. Also man ist damit schneller unterwegs. Wenn auch nicht viel schneller. 30% steht im Internet. Fühlt sich nach mehr an. Aber ich benutze es tatsächlich nicht so oft, weil man kann zum Beispiel nichts aufheben. Und es gibt auch viele Passagen, wo ich es nicht durch kann. Und es gibt überhaupt viele Situationen, wo man absteigen muss. Oh, du hast geöffnet. Sonntags. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wie oft die Chaos produzieren. Aber ich meine, sie würden häufiger produzieren als die Goats. Your new white cow. Chew. 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 Äh. Hm. Spontan fallen mir immer keine Namen ein. Tia. Genau. Tia. Aus. Lufia. Zwei. Reise of the Snushtrails. Great. I'll send little Tia to her new home. Right away. Dann. Selan. Ebenfalls aus dem Spiel. Die kam später. Mit hier hat man angefangen. Es stimmt schon mal. Selan. Little Selan to her new home. Und? Purchase animals. Und die dritte war Artea die Elfe. Sie kam sehr viel später ins Spiel. Pambi. Artea. Great. Hab ich gar nichts mit gerechnet. Hi Shinryo. Heute hat der Böckermäste Geburtstag. If I watch more TV, maybe I can forget about life. That would be relaxing. Kann ich da immer noch nichts rein? Ist das immer noch abgeschlossen? Ist ein Geheimraum? Yep. Gut. Brauche ich sonst noch etwas für den Daten? Für meine Scheine. Autograbber könnte ich mir schon manchmal kaufen. Harvest from your animal siege morning. Must be played inside. Gilt das auch für die Trüffel? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Trüffel gilt. Die außerhalb spawnen. Ich muss das überprüfen. Also ich hab den Bürgermeister vergessen. Was braucht der Bürgermeister? Hab ich denn überhaupt irgendwas dabei? Moment, ich muss auf Social gehen? Louis. Hot Peppers. Da müsste ich auf dem Rückweg bei der Basis vorbeischauen. Cheers. I messed up again. Kann so schlimm. Wild Horse Radish. Ich schau mir einfach gerne an, was sie im Angebot hat. Zum Beispiel das da. Kriegt man hier sonst nirgendwo, glaube ich. Nur bei ihr. Glaube ich. Kaffee Bean. Gut, das war's dann auch schon. Ich nehm das hier gerne mit. Und dann muss ich noch mal an der Basis vorbei und mir ein Hot Pepper holen für den Bürgermeister. Inzwischen verdiene ich ja ganz guter. Da geht es nicht mehr so um das Geld. Also kann ich ruhig ein paar Geburtstagsgeschenke mir leisten. Ah, da oben ist noch etwas weg. Ah gut, ich komme jetzt nicht wegen dem Pferd zurück. Da wäre ein Umweg. Da ist ein Trüffel. Die Schweine produzieren aber wirklich sehr gut Trüffel. Das muss ich ihnen lassen. Oder das Seine zumindest, das ich habe. Und ich muss sie wirklich mal nach innen verlegen. Oder irgendwo anders hin. Vielleicht sollte ich so eine Scheune kaufen. Aber das steht ja auch wieder draußen rum dann. Habe ich Hot Pepper noch? Nicht hier. Hier habe ich noch ein bisschen was. Gut. Gehe ich langsamer Richtung. Community Center. Wenn ich kann. Wenn das Spiel mich lässt. Ich wollte da hin. So, dann kann ich mit dir reden. Ah, you're friends with gas. All I wanna do is have some fun. I got the feeling I'm not the only... Harvey. Imagine having a patient's life completely in your hands. And failing to keep them alive. Hey mister. Uncle Chin Rio. Okay. Und ist schon ein bisschen weiter. I don't know what I'm going to do with my self. I had a dream. That I had complete freedom. No obligation to anyone but myself. Then I woke up and realized I had a full day of house chores ahead of me. It's nice to be so close to the ocean. It's nice to be so close to the ocean. That I had to do with my life. It's nice to be so close to the ocean. I'm going to be so close to the ocean. It's nice to be so close to the ocean. It's nice to be so close to the ocean. das wird wahrscheinlich auch in den social tab eingetragen wenn sie mir sowas sagen das hier die ganze bar und wie kommt ein gassenspiel wurde von dir angeheuert ja das sind wichtige fragen die es zu klären gilt ich wünschte pierre hätte sonntags geöffnet kann ich machen aber muss ich sie innerhalb eines tages sammeln oder ich meine ich habe sie aber wenn ich sie erst abbauen muss meistens muss man sie erst ab bauen so ich brauche reis für maki rolls aber heute ist er nicht mehr hinter der theke i wish i could walk i could go for a book er ist nicht der alte mann im rollstuhl und ich glaube ich könnte inzwischen bei heli ins hintere zimmer rein dass sonst immer abgeschlossen war nach dem herz event habe ich noch nicht ausprobiert was ist das keine ahnung ich versuche auch nicht damit zu interagieren so man glaubt es kam aber ich habe es ist gemütlich hinter geschafft was machen die tierchen heute fertig hier auf jeden fall hier fehlt hier nur noch die eier ein ei dann nehme ich das braun als ob das eine rolle spielen würde ich bekomme eine cheese press und das passiert das hier die rückkehr der junimals wenn wir dann hier will return to the other world nein das könnte ich machen ihr mini toaster das ist jetzt ein vorratsraum schön so hier gibt es aber noch einiges zu tun oder was ist das ist das enchantress bundles gold war ein triffel und das hier bekomme ich ja nur im sommer aber ich brauche noch reis für maki roll ich habe kein reis dummerweise da müsste ich montags mal oder einem der tage an den bi geöffnet hat reis kaufen gehen und heute nacht erfahre ich was ich das die tierchen gemacht habe aber wenn ich das geschafft habe sind alle offiziellen aufgaben des community sind es fertig da würde der spieler glauben es wäre soweit aber dann kommt wohl noch etwas eine saison noch dann habe ich es wahrscheinlich geschafft dann werde ich mal schauen was die kleinen tierchen heute zaubern ich bin schon gespannt darauf oh das nicht tree house green house das green house wird fertig also kein neues gebiet nur neues gebäude ich komme mit dem umwandeln von käse so zu vernünftigen käse so gut hinterher dass mir mich zu vorrat langsam zu neigen geht gut ich brauche reis und den sommer dann ist das community center fertig fertig